überschießt ich habe es weiter hinten rumfahren was die jubel muss sich bc bin ich auch dafür wobei von der seite auch nicht schlecht ist bei e8 muss halt aufpassen wenn die stinker bei b durchfahren oben nach e5 kann es passieren wenn du zu weit nach hinten fährst dass du offen bist dann wirst natürlich lag mal dahin muss sich gleich weg gegnerische streitkräfte am horizont gesichtet adoshima ach wir haben so ein neues russen bobi oh ja geil zeigen was drauf ist also alte schieber bei b dann hat es gibt es auch noch eine fletscher aber wenn ich überlege ich gehe jetzt über den ganzen rand auf das ist so übel da haben wir doch was da ist da ein kurfürst na komm laddorf gegnerischen kreuzer entdeckt na genau jetzt geht die hellhenry auf gegnerische slachtschiff entdeckt gegnerischen kreuzer gesichtet ach guckt und schon ist der stinker rum und ich gehe auf jeden ach alter was denn da noch ich lass mich erstmal zugeben ja muss einmal rum oder auch was jetzt mach mich auch mal die flugzeuge auf bist du auf ich mach mich spotten hier die flugzeuge du gehst nicht auf wie geht denn das ach so du hast eine andere detect jetzt bin ich zu sehr schön jetzt bin ich schon wieder auf flugzeuge ich sehe kein flugzeug ich bin doch flugzeug auf ach da hinten jetzt bin ich auch auf jetzt wird mich die flugzeuge so weit wie ich auch schießen das ist ja auch krass oh jammertu hat mich lieb zum glück verschossen ok ich hau hier ab hier das bringt ja nichts wo ist denn der zerstörer jetzt ja brennt sehr schön feueralarm das ist doch die baldemo hier hinten ach die fletscher macht mich auf oder was tatsache ok du komm mal raus ach bald immer lass mich doch jetzt mal hier weg trottel was macht denn der hier komm gib gas man meine fresse oh torpedos voraus ah da haben die schimmer drops sehr schön gedocht pass ich bin radart von der muskva alles klar da ist ein berg läuft hm toll das ist die fletscher ja ich auch bin schon dabei ich bin schon dabei da geht mir das die baldemo hier richtig auf keks die geht mir richtig auf keks die geht mir richtig auf keks ja die hält mir ja nur mann pro mehr flug abwehrmannschaften in normaler alarmbereitschaft ich habe schon 1,5 million schaden gedenken ich komme mir vor wie ein schlachtschiff ich komme mir vor wie ein schlachtschiff schade gehen wir ran ich gehe auf die muskva ach du bist da komplett weg ok das ist schon ganz woanders du bist schon ganz woanders mann die geht mir auf das sack die scheiß muskva ok Ja schön, sie brennt endlich wieder. Viel Spaß! Und noch ein Brand drauf. Ah, sowas von gefickt, die Moskwa. Ja, Killstealer, du Pisser. Na ja, ist weg. Ist der Hauptsache, ne? Ah. So, zwei Millionen. Zwei Millionen Potenzial, ich bin die ganze Zeit offen. Zwei Millionen potenziellen Schaden getankt. Halt die Fresse fest. Ich bin kein Schlachtschiff, hab zwei Millionen schon auf der Uhr. Ich bin da aufm Weg. Mach grad schon, da hat bloß hinten gerade noch ein Henry mit. Aber ich glaube, unser Repo ist raus. Da kann ich nicht mehr viel machen. Ah. Was ist er? Ah, da haben wir den Kita gerade noch mal schön reingedrückt da gerade. Jetzt heißt es nicht. Ah, der Henry brennt schon wieder, der freut sich. Manchmal geht das. Wie gesagt, das ist total krass. Ich glaube, ich rette der Republika gerade einen Arsch. Der Henry hat die Schnauze Feuer gerade von mir. Immer schön rein in die Fresse. Oh. Die Gusch. Sorry. Und nochmal ein Brand. Komm, das ist jetzt meiner. Jetzt killt man wie mein Killstil. Mein Killstil hier. Ah. Ja, freilich, Repo hat mein Killstil. Der Drecksal. Tja, man sollte halt doch keinem helfen, gell. Und dann ist der Weltenlohn. So ist es. Na ja. Ich hab gleich die 100.000 voll. Immerhin. Das ist so geil. Ich liebe dieses Schiff. So, 100.000. Und die Alaska hat auch immer gemopst. Ich hab sie gerade abgefackelt. Na ja. Was soll's. Keine Killstil. Ah. Was haben wir hier? Fletcherle. Komm her, Fletcherle. Er dreht doch nicht rum. Trotzdem gehillt. Sehr schön. Aber guck mal, du musst hier hinten jetzt mal mithelfen. Ich bin gerade an der Fletcherdrein. Ja, Moment, ich mach hier noch die Fletcherfisk mit. Achtung, melde Zielposition. Ach, hör auf. Jetzt hab ich da 1.000 stehen lassen. Ich komme, ich eile. Aha. Auweia, das hat Aua gemacht. Böse Henry, äh böse. Böse Kurfürst. Böse Henry, äh. Jetzt geht der Kurfürstil zu ernsthaft. Ich denk's aber auch. Au, was ist denn hier los? Okay. Missouri hat mir gerade grüße geschickt. Na, das ist jetzt scheiße. Jetzt hab ich das Ding und das Ding. Ach, und noch nicht Schombart auch noch. Du auch, du bist ja auch hier. Okay. Alles klar. Was zuerst? Missouri oder? Wir haben noch 16.000. Okay. 120. Jetzt die Klinge. Ja. Wuhu. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. so ich gehe auf die jambart ich kann nur sich breit jetzt so drehen weil dann sage ich breitzeit auf die jambart muss man vorsichter machen ich dachte ich will nämlich auch immer sie fix umschwenkt so zieht glaube ich auch nicht ja jetzt hat er meine tüte auf mich gegnerische schlachtschiff versenkt oh ja kommt treibreit bremst die ab ja was ist denn da los macht die noch was oder 1000 schaden ich sehe bei der kein rauch ich habe den back ist das können auch sie finde ich lustig wir haben ein gegnerische schlachtschiff versenkt ich weiß es nicht ich habe sie kann kreis dann machen wir mit dem kippen schneller habe ich schon so eine schöne zitadelle ich bin jetzt auf 116 gekommen naja weil du gerabt hast und bist nicht gestorben 147.000 drei kürz ich bin zufrieden ich liebe dieses schiff das ist so geil Libriste wir machen wir wir oder Vielen Dank.